Das läuft hier nicht. So geht Evolution. Ich bin aber Fanboy. Hallo? Ich bin ein Gott. Perfekt dämlich. Ist das hier nicht säkularisiert? Komm, Fifi, lass dir doch Hände wachsen. Ui, ui, ui. Geh nicht ins Licht. Evolution tot. Das muss ich mal loben. Hör auf da zu zuppeln. Ah, jetzt kommen wir aber nicht mehr zurück. Jetzt hängen wir hier drunter fest. Scheiße. Oh nein, oh nein, 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 nein. So, wir haben ihn. Und jetzt? Weiß ich doch auch nicht. Ah, ah, oh, oh. Ja, nein, 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 nicht ins Licht gehen. Geh nicht ins Licht. Ah, 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 ah. Da kommt der Ausbruch her. Aber es geht. Aber der, der hat noch, der hat noch Eigengewicht, was dann mit in die Gravitation rein spielt. Und dann kippelt der da und, ai, 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 ihr versteht, was ich meine. Spielt das mal selber. Das ist nicht so, das sieht leichter aus, als es ist. Ah, direkt, man kann hier direkt hoch. Gut. Und jetzt schubs ich den da gekonnt, nicht. Ja, aber dann fällt der, nein. Okay, alles klar, auch falsch. Lass mich doch in Ruhe. Man muss hier ganz, 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 nein, 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 nein. Und dann fällt vorsichtig ins Licht. Und dann muss man hier hoch. Ah, ich bin so verleitet, immer die Tasten kommen. Aber dass das so feinfühlig ist. Und man muss sich ja immer wieder auf so ein neues Viech einstellen. Und die Bewegungen sind alles so, ne? Hat sich so die Evolution gefühlt? Einfach so immer so ein bisschen behindert? In allem? In jeder, also Bewegungseingeschränkt. Ist doch hinderlich. Nein, jetzt hängen wir da, nein, 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 nein. Wir müssen den anderen wieder rüberkriegen. Nein, dann stecken wir da fest. Ah. Ja, wie jetzt? Nein, es geht wieder schief. Wir müssen in die Richtung wieder. Ö, 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 warum ist der denn jetzt runtergekommen? Hallo? Wo kam der denn jetzt her? Den muss ich dann ganz schön... Den muss ich so auffangen. Wieso ist denn der runtergefallen? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Werde ich im Schnitt sehen. Und mich dann tot er... Nein! Köpper! So, und jetzt? Mann, Mann, Mann. Ihr macht mich hier fettig. Der ist einfach runtergekommen. Einfach so wahrscheinlich. Weil ich hier unten rumgepoltert bin. Schon wieder so ein Blödsinn. Macht doch nicht so ein Blödsinn. Anstupsen? Ja, komm. Komm zu Papa. Komm. Ja, er kullert schon. Er kullert schon. Kullern ist gut. Jetzt komm ich hier nicht mehr raus. Ah, doch jetzt. Oh Gott. Apfel. Hallo. Komm. Ja. Ja, ja, ja. Richtige Richtung machen. Ja. Oh, 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 oh. Das ist ja nur noch ins Licht. Nur noch ins Licht. Ganz schnell. Interessant ist, dass ich die Dinger jetzt immer löse, indem ich einfach gar nicht nachdenke. Vorher denkt man so, hm, wie mache ich das? Hm, hm, hm. Oh, hier haben wir nicht voll. Hier haben wir die Kirsche nicht. Wollen wir denn da nicht? Ja, gehen wir mal kurz hin. Da hatten wir die Kirsche doch. Da hat er mir aber den Haken nicht gesetzt. Was darf denn da nicht passieren? Und eins und zwei und drei und vier. Vielleicht muss ich unverletzt durchkommen. Weil letztes Mal habe ich mir ein Bein verbrannt. War ich vielleicht nicht schnell genug. Jetzt hat er einen Haken dran. Ja, ja, wahrscheinlich. Man muss unverletzt dadurch. Dass man überhaupt durch Lava gehen kann mit Knochen. Und so offene Knochen, wenn man so, also ich weiß nicht.